Hallo! Ich dachte, ich bin wieder ein bisschen mit. Vor allem soll es heute darum gehen, dass ich meine ganze Wohnung aufräume. Also nicht nur heute, sondern auch hoffentlich die nächsten Tage. Und es soll nicht nur aufräumend sein, sondern auch so ausmisten. Und vor allem, ich will auch ein paar Schüppeln durchgehen, bis alles so richtig organized ist. So ein Frühlings... äh, wie heißt es? Wartet mal! Es gibt so einen ganz speziellen Begriff, den ich gerade suche. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen stolz. Okay, jetzt mache ich hiermit weiter. Schaut mal, ich dachte, ich verlose einfach die beiden Pakete. Ich will einfach, dass es hier mal richtig organisiert ist überall. Und eigentlich hätte ich jetzt die Tage noch ein bisschen Zeit. In ein paar Tagen kommt eine Freundin mich besuchen von zu Hause. Und bis dahin hoffe ich, dass ich das alles geschafft habe. Und die Woche drauf muss ich wieder in die Uni. Das heißt, ich will das jetzt der Frau irgendwie alles schaffen. Das Problem ist, bei mir gibt es meistens so zwei Extremen. Entweder es sieht ultra ordentlich aus und alles ist so picobello. Oder es ist halt wirklich das Gegenteil. Und im Moment, es ist gerade das Gegenteil. Das ist fast unangenehm zu zeigen. Ich habe es mir jetzt auch schon länger vorgenommen. Aber das Wetter ist gut. Und keine Ahnung, es kommt gerade gefühlt alles andere dazwischen. Natürlich habe ich auf die anderen Sachen auch viel mehr Lust. Aber ich muss wenigstens anfangen und jeden Tag ein bisschen was machen. Und vor allem, wie sie jetzt gerade da hinten steht, auch mit einer Rabioli-Dose und Winsen. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich so unordentlich bin und ich das jetzt hier gelagert habe. Sondern mit meiner Mom kam ein Paket und ich habe es geantwortet. Ich lade es auf TikTok hoch, weil ich habe meinen Mantel vergessen zu Hause, den ich neu gekauft habe. Und sie hat mir ein paar Sachen noch geschickt. Und ich habe es gerade ausgepackt und musste ich mir die noch verräumen. Zum einen Trüffelcreme. Oh mein Gott, wie geil. Ultra viel Ahoi-Brause. Weil das gibt es hier nicht wirklich in den Ölbereich. Also die schon, aber die habe ich zumindest noch nie gefunden. Und das ist somit eine meiner Lieblingssüßigkeiten. Und das ist ein bisschen random. Aber eine ist meine Lieblingsravioli und die finde ich ja auch nicht. Und mein Lieblingslinseneintopf. Das war das Paket. Und ich habe es halt schnell dagegen gestellt. Wir fangen jetzt echt mal an. Wir müssen überall aufräumen. Aber wir fangen mal in meinem Schlafzimmer an. Mal schauen, wie weit wir auch heute kommen. Und ich würde sagen, first step ist halt aufräumen. Second step ist natürlich dann ausmisten. Das Ding ist, es ist hier halt auch unordentlich, weil ich meinen Koffer noch nicht ausgepackt habe. Und ich habe ein paar Sachen gedreht und ein paar Klamotten halt rausgezogen. Hier habe ich zum Beispiel eben gerade Essen-Tik-Doc aufgenommen. Und ich war vor ein paar Tagen auf meinem Band und habe hier nach Klamotten gesucht, die ich anziehe. Das heißt, ich kann die alle auch wieder in den Schrank räumen, weil ich die noch nicht anhatte. Ich habe die halt dann doch nicht angezogen. Aber war unter Zeitdruck. Ja, muss unbedingt dabei. Musik hören oder so. Oder ich glaube, Podcast, wie immer. Sonst ist mir zu langweilig. Ich glaube, ich höre eine alte Folge Call of Tales. Let der Zeitraffer beginnt. Musik Gud ist mir zu sakta. Das war's für heute. 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 Ich glaube, ich habe die euch in dem anderen Vlog gezeigt. Ich habe sie jetzt immer noch nicht ausprobiert. Und zwar ist das einfach von Laneige. So eine Lip Sleeping Mask, aber fürs Gesicht. Weil da gibt es ja auch so Lippenprodukte, die voll gut sind. Und ganz ehrlich, ich war allein wegen dem Packaging sold. Und dann habe ich ja heute auch diesen Toner noch geschickt bekommen. Den kann man morgens und abends benutzen, statt da drauf. Ich bin immer nur verwirrt, in welcher Feinfolgen man das alles benutzt, um echt zu sein. Wenn das halt nicht eine Serie ist, sondern verschiedene Produkte. Weil ich habe im Moment auch ein bisschen Probleme. Ich gehe mit meiner Stirn einfach. Keine Pickel, aber so. Und doch auch Pickel, aber irgendwie so unterirdisch. Ach, keine Ahnung. Ich versuche das gerade so ein bisschen wegzubekommen damit. Ich habe nämlich einfach einen TikTok gesehen und habe es mir dann bestellt. Amnest von The Ordinary sowas. Und ich berichte euch mal, ob das klappt. Ich schmink mich jetzt erstmal ab. Da benutze ich jetzt nichts Besonderes. Einfach das. Wunderschön. Sexy. Wenn ich richtig voll bin, mache ich halt nur das. Ich habe heute eigentlich dann schon fast den ganzen Tag nur aufgeräumt Wäsche gemacht. Ich hatte wirklich hier zwei Bergewäsche. Und hier hinten hängen meine Snowtown-Kissen. Die habe ich auch bekommen. Da freue ich mich. Weil die sind ja auch besser für die Haare. Und sonst muss ich dann gleich noch das Bett beziehen und so. Aber es ist zumindest relativ ordentlich. Es fehlt halt noch das Wohnzimmer so ganz ein bisschen. Der Flur und vor allem mein Büro. Aber das machen wir dann morgen. Das dauert dann irgendwie immer doch länger als gedacht. Vor allem, weil ich ja dann noch gekocht habe und so. It is what it is. Dann nehmen wir jetzt mal das Teeling. Da mache ich einfach so ein bisschen was drauf auf diesen Brasch. Da habe ich mir auch geholt. Das ist nur von Ebelin einfach. Dann probiere ich jetzt mal die Maske aus. Ich hoffe, die ist halt so richtig reichhaltig. Die fühlt sich immer gut an. Ja, Toner benutze ich jetzt denke ich nicht mehr. Ich glaube, das mache ich aber jetzt trotzdem noch danach drauf. Das benutze ich so ein bis zweimal die Woche nur, weil das relativ aggressiv ist. Geht da einfach so drüber. Und ich benutze für meine Wimpern noch Revitalet. Ich versuche immer voll viele verschiedene aus, weil das glaube ich mit Hormonen. Dann für die Gippen noch was. Und Zähle putzen und so möchte ich dann später. Das war's. Gute Nacht. Morgen. Ich mache mich gerade fertig, weil ich gehe einfach Paddelspielen. Ich habe das jetzt zweimal in Spanien gemacht. Also dort zum ersten Mal. Das hat eigentlich voll Spaß gemacht. Wir sind zwar nur zu zweit und können das nicht wirklich. Aber egal. Macht trotzdem Spaß. Ich schaue jetzt mal was anziehen. Ich gehe mal zu meinem Sportregal. Ich könnte theoretisch so einen Tennisrock anziehen. Irgendwann hätte ich Tennis drauf. Ich habe ja früher mal Tennis gespielt. Ich würde es so gern wieder können. Ich müsste halt wirklich mal Stunden nehmen wieder. Ich glaube, es würde mir auch richtig Spaß machen. Aber ja, ich sehe dann so aus mit dem Outfit, als hätte ich es richtig drauf und dann gar nicht. Okay. Schaut mal, das ist mein Outfit. Vor allem, da ist eine Hose drunter. Also eigentlich für praktisch. Ich muss halt sagen, für Tennis und sogar wenigstens immer süße Outfits anziehen. That's a plus. Hello. Achso, ich habe ja vorhin schon gefloggt. Ich war Paddelspielen. Und es hat auch echt Spaß gemacht. Ich muss nur duschen gehen, weil es sind heute, obwohl es nicht so aussieht, sind 25 Grad. Ich dachte, ich räume jetzt weiter auf. Ich habe dann auch noch gekocht. Und jetzt ist die Küche gefühlt wieder unordentlich. The never ending story. Ohne Spaß. Auch die ganze Wäsche ist jetzt fertig. Aber jetzt liegt sie da. Fertig. Und ich muss sie ja auch wieder in meinen Kleiderschrank aufräumen. Das Gefühl träume ich die ganze Zeit auf und komme nicht voran. Aber ich mache jetzt nochmal die Küche. Ich glaube, das nehme ich jetzt nicht nochmal auf, oder? Und dann geht es mal endlich hier voran. Schaut mal. Das Ding ist, wenn ich ja koche, will ich halt dann direkt essen und nicht erst alles aufräumen und dann essen, weil sonst ist ja auch kalt. Deswegen. Great. Okay, wir kommen mal hier zu meinem Schminktisch. Das ist halt wirklich immer ein Chaos. Und hier stehen so Kooperationssachen und so. Ich wollte es immer drüben ins andere Zimmer stellen. Das kann ich jetzt auch machen. Deswegen kann ich das dann auch alles sortieren und so. Weil das ist obviously ein Mess. Es sieht auch so aus, weil ich ein paar Sachen mit nach Hause genommen habe, jetzt über die Ferien und dort verschenkt habe. Und ich habe hier gerade auch sowas zusammengesucht und das so schön eingepackt. Das ist nämlich für Caro. Die freut sich da bestimmt richtig drüber. Sie hatte nämlich Geburtstag und ich dachte, sie wird sich bestimmt noch über ein paar Kleinigkeiten freuen. Ich würde sagen, wir fangen mal hier mit an. Vielleicht direkt mal mit der Schublade, weil hier sind so viele Schreibwarensachen. Karten. Das ist der Schminkspiel für meine Mom. Wenn sie hier ist, benutzt sie immer. Aber ich muss irgendwie mal schauen, wie ich das am besten sortieren kann. Weil meine ganzen Notizbücher und so passen alles gar nicht mehr da rein. Und ob ich die auch behalten möchte. Weil schaut mal, 2021, das ist mein Kalender gewesen. Ich war zumindest mal sehr organisiert und so liebe ich das. Aber ich weiß gar nicht, soll ich das aufheben oder ist das unnötig? Genauso mit dem. Da habe ich nämlich auch alles geplant. Das ist ein neues Notizbuch, das mag ich eh aufheben. Das ist auch neu. Da sind Bilder. Die ich mal ausgedruckt habe. Ich muss das jetzt irgendwie alles mal durchgehen, damit ich hier auch genug Platz habe für all mein Zeug. Das ist schon mal. Du bist dräum. Ich bin ja hier. Ich bin ja hier. Gut, ich bin ja hier. Du kannst dich, das ist ja jetzt ganz wichtig. Du kannst dich, dass du dich, die ich wiederholen kann. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen stolz. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht, aber ich habe auf jeden Fall aussortiert und versuche hier wieder so relativ in Ordnung reinzubringen. Irgendwie ist die Schublade auch fast ein bisschen zu klein, aber egal. Es sieht gar nicht mal so ordentlich aus, aber ich versuche euch meine Ordnung mal zu erklären. Hier sind ganz viele Concealer, hier sind meine ganzen Wimperntuschen und so. Hier sind die Sachen, die ich seltener benutze, außer meine Bronzing Drops, aber den Rest benutze ich im Moment zumindest nicht so im Alltag, aber ich würde es teilweise auch voll gerne mal ausprobieren. Das sind zum Beispiel diese Nude Sticks, aber ich benutze halt gerade einfach andere Produkte mehr. Dann ist hier mein Flawless Filter, ich mische die beiden immer, deswegen sind die beide da. Dann meine Foundation, die ich jetzt gerade täglich benutze. Highlighter-Puder, hier halt noch mein flüssiger Highlighter und Flasch und so. Und auch von Clinique hier das Lippenprodukt, weil ich es auch am häufigsten benutze. Den benutze ich im Moment auch täglich zum Bronzen. Hier meine ganzen Pinsel. Ich muss sie irgendwann mal richtig sauber machen. Ich will mir unbedingt so einen Pinselreiniger holen. Meine Mom hat sowas, da kann man den so reinstecken und der wird so sauber gemacht. Das ist wie so eine Maschine. Ich brauche das eigentlich. Hier hinten sind so neue Sachen, die ich auf Reserva geholt habe, wie meinen Augenbrauenstift und so. Dann Lidschappen-Paletten, die ich nicht so oft benutze. Meine ganzen Lippenprodukte. Ich konnte da einfach nicht mehr wegschmeißen. Dann noch mehr Lidschappen-Paletten. Hier ist mein Fixingspray und meine Sonnencreme, die ich täglich benutze und noch mehr so Skincare Beauty-Produkte. Auch das Serum. Das benutze ich eigentlich auch fast täglich. Das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus und ist vor allem alles sauber. Und hier sind dann einfach so Haarprodukte vor allem drin. Die ich ganz oft benutze. Dann meine Haarreifen. Die benutze ich immer zum Schminken. Und das sind auch noch so Augenpads. Die mag ich auch voll gern. Die benutze ich auch ab und zu mal morgens. Die sind auch noch so ein bisschen fancy Skincare drin von Dior. Genau. Ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Ich saß da jetzt einfach über zwei Stunden dran. Vor allem, das hat halt ewig gedauert. Vorher. Schaut mal, die Schublade ist auch viel organisierter. Die Notizbücher kommen nämlich woanders hin. Und jetzt habe ich das so. Und jetzt ist es zumindest irgendwie auch ordentlich. Und ich habe nur noch Stifte, die funktionieren. Ich bin einfach jeden einzelnen Stift durchgegangen. Hier ist es mittlerweile dunkel draußen. Mal schauen, wie viel ich jetzt noch machen werde. Aber ich fange mal hiermit jetzt an. Und zwar ist es meine Kommode. Das hier machen wir mal anders. Das ist die ganze Technik. Zweck und so. Hier sind noch ein paar Ordner, ein paar Karteikarten zum Lernen und so weiter. Ich muss mal schauen, was ich davon wirklich brauche. Da ist zum Beispiel auch eine Kiste mit Produkten drin. Ähm, ich muss das alles mal durchgehen. Und zum Beispiel auch hier zum Fasching hatte ich einmal überlegt... Perfekt. Ähm, da wollte ich als Braut gehen. Und dann sind wir doch nicht zur Party gegangen. Deswegen habe ich das noch hier. Deswegen auch diese Perlenkette. Aber sowas hebt man ja auch auf. Ich kann ja nächstes Jahr als Braut gehen. Aber wohin kommt das in der Zeit so? Das nervt mich irgendwie ein bisschen. Hier sind sehr random Sachen drin. Zum Beispiel auch die kann ich auch mal rausstellen. Brauche ich für ein Phantom bald. Das sind Handschuhe. Rosa. Sehr wichtig. Hier sind halt noch Bücher und so. Und da will ich auch die Notizbücher hin tun. Ich muss das jetzt so alles mal durchschauen. Also vorher. Let's go. Die Bücher habe ich übrigens zu weit bekommen. Und wahrscheinlich habe ich erst im Sommer Zeit, die zu lesen. Irgendwie mache ich immer alles andere. Eigentlich sollte ich mir mal mehr Zeit fürs Lesen nehmen. Da bin ich voll gespannt. Hallo, guten Morgen. Ich stelle euch mal hier hin. Ich misse später weiter aus. Ah, ich will für Caro einen Kuchen oder Muffins oder so backen. Auch für ihren Geburtstag noch. Sie hatte vor mehreren Wochen Geburtstag. Aber ich dachte halt, an dem Tag feiern wir so richtig den Geburtstag nach. Und irgendwie, finde ich, gehört der Kuchen oder so. Bin nicht die größte Bäckette, wie wir alle wissen. Oh. Und wir haben nur Kugel auf. So, jetzt stemmen alle Frauen auf den Bauch. Ich improvisiere jetzt und mache da jetzt einfach noch so Schoko-Drupps rein. Ich habe aber noch so viel Teig übrig, weil ich mache jetzt doch noch so kleine Kuchen. So. 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 So, jetzt muss ich mich verkleckern. Ich habe jetzt überall Flecken. Hier und hier. Super. Ähm. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier weiter. Der Schrank sah jetzt schon mal gut aus. Weiß nicht, ob ich euch das jetzt richtig gezeigt habe. So sieht das jetzt aus. Also da stehen meine Notizbücher. Da unten sind Ordner für die Uni-Bücher von der Uni und noch so andere Bücher von mir. Aber das meiste von der Uni habe ich eigentlich auf meinem iPad, deswegen ist es gar nicht so viel. Und hier oben sind voll viele Postkarten und Briefe, die ich mal bekommen habe. Und hier sind noch so Bastelsachen und noch so Fotos für Fotoalben. Genau. Okay, jetzt mache ich hiermit weiter. Es sah nicht immer so aus. Ich habe gerade auch viele Kisten einfach hier reingeholt und so zusammen gemacht. Ich muss das alles mal durchgehen. Auch Sachen, die ich noch ausprobieren möchte, wo ich vielleicht einfach noch keine Zeit hatte. Dann Sachen, die ich an meine Freundinnen verschenke. Ich mache da, glaube ich, so ganze Häufchen. Und auch Sachen, die ich spende. Hier ist nämlich so ein Frauenhaus und die freuen sich immer über alles. Schaut mal, wie süß das aussieht. Ich habe Karin auch eine Karte geschrieben. Und ich versuche das jetzt irgendwie einzupacken, dass ich das mitnehmen kann und da nichts passiert. Ich habe leider nicht so eine Kuchenform. Deswegen mache ich das jetzt mit Frischhaltefolie. Ich nehme jetzt noch ein paar Kerzen mit. Ich muss jetzt eigentlich auch gleich los. Ich nehme die Karte. Ich muss gerade kurz noch Make-up-Sachen einpacken, weil eigentlich das richtige Geschenk war, dass ich mir eine Massage geschenkt habe, Caro. Zum Geburtstag. Und das machen wir heute. Und dann gehen wir auch essen und so. Und, ähm, ja, ich will gar nicht wissen, wie wir danach aussehen, dass wir eigentlich ein bisschen was einpacken. Schluss. Jetzt, ich bin schon zu spät dran. Grüß Gott. Hallo. Wir kommen gerade von unserer Massage. Oh mein Gott, man sieht so richtig die Kliegespur noch. Und wir fahren jetzt essen. Ja, Caro, erzähl mal, wie war die Massage? Sie war toll. Ich konnte mich sehr gut entspannen. Jetzt fahren wir wohin? Am Kobenzl. Das ist so ein Aussichtspunkt. Hügelberg in Wien. Keine Ahnung, falls wer den Kahlenberg kennt. Taglich. Ich hoffe, da war ich schon mal beim Kahlenberg. Alles Gute nachträglich. Morgen. Ich hatte ja die ganze Zeit Waschmaschinen laufen und habe die frische Wäsche jetzt so lange einfach hier hingelegt. Und ich muss gleich alles mal zusammenlegen oder schauen, was ich dann bügeln muss und so. Ich wollte euch aber zeigen, dass ich dran saß und mein Video zu Ende bearbeitet habe. Beziehungsweise halt den Feinschliff gemacht habe. Das lade ich dann später hoch. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei. Es ist auch einfach wieder ein Alltagsvlog. Da habe ich mal nicht aufgeräumt, aber gelernt. Ich will gleich das Thumbnail und alles ready machen, dass ich das hochladen kann. Boah, ich habe heute so krank von so Unterleibsschmerzen. Oh, ich habe heute meine Tage bekommen. Oh, ich hasse es. Let's get to work. Aber ohne Spaß hat es irgendwie so eine never-ending-Story. Ich habe das Gefühl, ich habe schon wieder Wäsche, die ich waschen könnte. Und schaut mal, was ich hier alles habe. Klar, das war jetzt auch, weil ich weg war und ich meinen Körper ausräumte und so. Okay, ich habe alles aufgeräumt. Aber hier geht es jetzt weiter. Zum einen müssen die Blumen unbedingt weg. Ich war ja zu Hause und mein Freund, ich weiß auch nicht, warum er die Blumen einfach noch aufgehoben hat. Aber gut, ich kann nämlich jetzt auch noch nicht dazu, aber die müssen auf jeden Fall entsorgt werden. Und was ich schon die ganze Zeit machen wollte, meine Mom hat ab und zu mal meinen Tisch eingeölt, was dem halt voll gut getan hat. Aber ganz weird, da sind teilweise so weiße Blacken drauf. Seht ihr das? Ich habe wirklich keine Ahnung, woher das kommt. Aber ich versuche es jetzt hiermit zu regeln. Das ist extra so eine intensive Pflege fürs Holz. Und ich versuche das dann mal so aufzutragen und dann am Ende nochmal den ganzen Tisch einzuölen. Hoffentlich hilft es was. Zu sowas kommt man irgendwie voll selten. Aber ich will es schon die ganze Zeit machen, deswegen machen wir das jetzt. Heute kommt meine Freundin, also gleich in so zwei Stunden. Ich wollte bis dahin noch drüben fertig die Boxen aufräumen, die Kooperationssachen. Aber schaut mal, sonst ist es hier überall richtig schön. Ich habe nochmal das Bett neu bezogen. Schaut mal, ich habe übrigens jetzt so Seidenkissen, einfach fürs Haar. Die habe ich zugeschickt bekommen. Sonst sieht es hier halt richtig ordentlich aus. Ich muss sagen, der Tisch sieht wieder so viel schöner aus, eingeölt. Da sind immer noch so kleine Flecken hier drauf. Falls ihr eine Ahnung habt, wie das weggeht und was ich da machen kann, sagt Bescheid. Aber ich glaube, der hat es mir richtig gedankt, dass ich den jetzt mal wieder geölt habe. Der sieht voll gesund aus oder keine Ahnung. Dass ich auf jeden Fall nicht mehr so weiß. Schaut mal, der Vlog geht schon hoch für Marlene, meine Katerin. Weil es einfach so viel Material ist wegen den ganzen Timelats und so, dass es ewig dauert. Deswegen dachte ich, ich fange schon mal ein bisschen an. Ich habe mir übrigens ein Bananen-Zubi gemacht. Was bequem ist, war wieder angezogen. Anders kann ich nicht aufräumen und hier geht es jetzt weiter. Aber es ist gar nicht mehr so viel. Ich bin ganz happy. Ich muss mal schauen, was meine Freundin mir schreibt. Weil die kommt so in circa zwei Stunden. Dann kann ich die Zeit sinnvoll nutzen. Schaut mal, ich dachte, ich verlose einfach die beiden Pakete. Schreibt einfach, ob ihr eher eins haben wollt in die Kommentare oder zwei. Ich kann mal ganz kurz grob zeigen, was da drin ist. Von Billie Eilish das Parfum habe ich tatsächlich auch nie ausprobiert. Aber ich wollte es jetzt nicht aufmachen. Ich habe so viele andere Parfum, die ich echt gern mag. Dann bei beiden ist von Paul Valentine was drin. Was ich auch schön finde, aber einfach nie angezogen habe. Dann hier ist sehr viel Haircare. Unten drin noch von Typology aus Sachen. Bisschen Make-up. Vor allem hier auch von Pixie Beauty ein paar Sachen. Dior. Und drunter ist von Hey Estrid noch ein Rasierer. Die finde ich auch richtig, richtig nice. Da habe ich nämlich auch mehrere und mehrere Farben. Deswegen habe ich so einen frischen hier reingetan. Aber das ist die Box Nummer 1 und Box Nummer 2. Fand ich irgendwie voll schön, wenn ich alles so in diesen blauen gehalten habe. Deswegen ist da sehr viel davon drin. Aber es ist auch sehr viel Skincare drin. Auch von Virtuals war es. Eine Sonnencreme von Jungglück. Von Dior auch ein paar Kleinigkeiten. Einfach nur, damit es ungefähr gleich aufgeteilt ist. Hier sind aber auch noch so Masken und so drin. Genau, das ist mehr so Skincare-Zeug. Hier auch noch so ein Skinbooster. Meine Lieblings-Nivea-Creme, die ich auch ganz oft habe. Aber auch zum Beispiel von Pixie Beauty was. Ich habe versucht, das relativ irgendwie fair aufzuteilen. Genau, das ist Box Nummer 2. Wir machen es jetzt so, dass ihr einfach in die Kommentare schreiben müsst, ob ihr Box 1 oder 2 haben wollt und euren Instagram-Account. Dann kann ich euch darüber anschreiben. Und ja, genau. Schreibt halt irgendwas Nettes in die Kommentare. Und natürlich solltest du mir auch freuen, weil es soll für meine Abonnenten sein. Und es soll so ein kleines Dankeschön sein. Deswegen, ich hoffe, ihr freut euch. Falls du gewonnen hast, schreibe ich dir dann einfach per Instagram. Also schau dort dann einfach vorbei. Und dann verpacke ich die und dann sind die für euch. Schaut mal, wie ordentlich das Zimmer ist. Ich sehe auf jeden Fall Boden. Okay, das Ding ist, das ist nicht das Ästhetischste. Aber hier lade ich halt gerade meinen Kamera-Akku. Hier mache ich halt am meisten meine Haare. Deswegen macht es gar keinen Sinn, die Sachen wegzuräumen, weil ich die eigentlich fast täglich brauche. Aber es sieht so aus. Wow. Ciao. Ciao.